...die französischen Fußballfreunde hier zu uns zu bringen. Vielleicht etwas zum sportlichen Gegner. Sie spielen im Distrikt in der Pariser Umgebung. Und sind hier per amat, contre Wurzel. Ja, voilà. Zur Spielabstellung. Zur Spielabstellung mit der Nummer 1 im Tor. Die Nummer 2 ist Gilles Galselva. Mit der Nummer 1 im Tor. Die Nummer 2 ist Gilles Galselva. Und der Nummer 2 ist Gilles Galselva. Die Nummer 2 ist Gilles Galselva. Und der Nummer 3 ist Arnaud Bertet. Die Nummer 2 ist Gilles Galselva. Gilles Galselva. Wie ist es mit dem Galselva? Wie ist es mit dem Galselva? Wie ist es mit dem Galselva? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020